Also ich habe halt auch mal gehört, dass er einer Frau näher gekommen ist. Okay, also der Kollege hat's schon scheiße gebaut. Die sind acht Jahre. Boah, acht Jahre, Alter! Boah, hohohoho. Ey, Alter, was haben die denn Verführerin ausgepackt, dieses Jahr, ey? In dieser Beziehung haben wir uns trotzdem noch gesehen. Und da ist halt auch was passiert. Was? Was geht ab und herzlich willkommen zu Let's Talk About Temptation Baby. Wir sind wieder zurück und auch diese Staffel Temptation Island werde ich natürlich wie immer kommentieren und analysieren. Würde mich nur freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Aktiviert die Glocke, schreibt in die Kommentare, was ihr denkt und ich freue mich riesig wieder am Start sein zu können. Wenn es wieder heißt Temptation Island! Let's go! Hammer! So! Hammer! Freunde, warten wir mal erstmal. Also, wir haben natürlich nix, wie immer, zum selber zusammenfassen. Meine Airpods spinnen, deswegen habe ich jetzt hier mir einfach mal Kopfhörer angezogen, ja? Und, äh, ja, ging jetzt nicht anders auf die Schnelle, ja? Ich habe jetzt die ganze Zeit geguckt, Kopfhörer funktionieren immer wieder nicht. Muss ich wieder einrichten, da habe ich wieder Airpods am Start auf jeden Fall. Aber, ähm, ja, ich bin super gespannt auf die neue Staffel Temptation Island. Welche ist denn überhaupt? Sechste, glaube ich, oder was? Sechste Staffel oder was haben wir jetzt gerade? Und, ähm, wir schauen uns natürlich die Paare an. Verführerinnen, Verführer. Wir gucken rein, wir checken ab. Wir hoffen natürlich auf eine geile Staffel. Ich meine, besser als die letzte kann sie ja eigentlich nur werden. Und, ähm, ich würde sagen, komm, geh mal rein, wir gucken uns die Paare an. Let's go, komm. Mega geil. Ja, also absoluter Wahnsinn. Oh, wir kriegen erst mal die Villa gezeigt. Also, wir kommen auf jeden Fall zwei Wochen. Der Rechte kommt mir doch bekannt vor, Alter. Nur aus, halt. Ja. Auf die letzten Momente, die wir noch haben. Mein Gott, echt. Ich bin Marie, ich bin 24 Jahre alt. Boah, sie ist aber auch schon Brett, ne? Alter. Was gehst du mal hier zu Temptation? Ich bin Tamu, ich bin 32 Jahre alt. Und wir machen gemeinsam Social Media. Hauptsächlich auf TikTok. Genau. Ah, okay. Ach so, daher kommt der mir auch bekannt vor, irgendwie. Ach so, jetzt verstehe ich. Okay, okay, okay. Deswegen, ich hatte sein Gesicht schon, äh, hatte ich irgendwie, kam mir bekannt vor. Wir sind seit drei Jahren zusammen. Sechste, sechste ist, äh, Jahrestag und Monatstag, ne? Ja, gut. Drei-Jahres-Beziehung setzen die aufs Spiel. Tag, wo wir uns getroffen haben, haben wir uns jedes Wochenende gesehen. Dann war's vorbei. In der Zukunft ist auf jeden Fall einiges geplant. Wir wollen natürlich nach Temptation auch irgendwann mal heiraten. Schauen wir mal. Also ich bin ja verlobt. Silvester hat mir einen Antrag gemacht. Boah, verlobt auch noch, ey, Leute. Und früher oder später natürlich, ähm... Ne Familie gründen. Wir machen bei Temptation Island mit, weil wir Bock auf diese Herausforderung haben hier. Also ich war in meinen... Also, äh, schon mal krasses Paar. Ich glaub, da muss viel passieren, dass da irgendwas dazwischen kommt, Alter. Boah, ey, Leute, Alter. Krasses Paar. Die absoluten No-Go sind, äh, küssen, ähm, intim werden, beieinander schlafen. Okay, jetzt bin ich mit mehr. Küssen, intim werden, beieinander schlafen. Na gut, das haben wir ja schon vorher. Ja, okay. Ich brauche, ne? Schauen wir mal bei den beiden. Gucken wir mal, Alter. Aber, äh, krasses Paar. Krasses Paar. Kommt das nächste Paar. Hi. Hallo. Hi. Hallo. Herzlich willkommen. Ja. Also die Mädels sind da echt, äh, das ist... Also ich kann Mädels ja immer natürlich optisch besser bewerten als Jungs, aber das könnten auch Verführerinnen sein, so voll, voll krass so, ne? Krass, krasse... Macht auch Spaß für die Verführer dann, ne? Attacke zu machen. Vivian und Mo. Mo? Mo? Ich bin die Vivian, ich bin 24 Jahre alt. Und du? Und bin jetzt ausgelernte Erzieherin. Ich bin der Mo. Mo. Ich bin 24 Jahre alt und ich bin vom Beruf Schulbegleiter. Das ist ein Schulbegleiter? Wir sind jetzt, ähm, ja, fast drei Jahre zusammen. Wow, drei Jahre, krass. Wow, drei Jahre. Mo ist auf jeden Fall mein Traummann. Vor einem Jahr ungefähr hatten wir auch mal so eine Phase, die ein bisschen schwieriger war. Erzähl mal. Ich hatte Knie-OP gehabt und dadurch konnte ich jetzt sozusagen halt nichts machen, außer zum Beispiel abends rausgehen. Und das war ja dann auch fast jedes Wochenende. Gott, man hatte Knie-OP, konnte nichts machen, außer abends rausgehen. Was für... Hat der dann... Da ist doch Krücken eigentlich. Also es war halt nicht nur einmal so ein Samstag, sondern es war halt wirklich Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag. Also ich habe halt auch mal gehört, dass er einer Frau näher gekommen ist, dass... Ah, okay. Also der Kollege hat schon Scheiße gebaut. ...eventuell ein Kuss gefallen ist. Also hat schon mal verkackt. Und wie die sitzen da so. Hahaha. Hahaha. Ich kann mich wirklich an gar nicht erinnern. Hahaha. Jawoll, Alter. Beweisen kann es halt keiner. Ich... Ich... Ja. Was soll ich dazu sagen? Der fällt durch. Eine Million Prozent. Freunde, ich weiß gar nichts. Wie gesagt, ich weiß... Ich lass mir auch nie was erzählen. Ich weiß von nichts. Ich tipp schon mal... Ich schmeiß schon mal einen Zehner in den Topf hier. Ähm... Der Typ verkackt. Ich würde mich gerne bei dem täglichen Eilen testen, beweisen, dass du das auch siehst. Rät auch so lustig, finde ich. Dass ich treu sein kann. Hahaha. Auch wenn ich viel feier. Hahaha. Niemals, Bruder. Fremdgehen fängt schon an, wenn man... Nur mit einer Person, äh... Die ganze Zeit abhängt, äh... Mit ihm richtig intim wird. Oder mit ihm irgendwie... Äh... Kuschelt. Achso. Er hat über sie geredet. Ich dachte, er redet jetzt über sie über sich, weißt du? Hallo. Hi. Hi. Ich bin Laura. Hi. Laura. Hier und ich bin Laura. Hi. Hey. Habt ihr euch hier abgesprochen mit den Händen, oder weißt du? Ja, das hättet ihr aber auch mal Bescheid gesagt. So, nächstes Paar, Phil und Laura. Ich bin Phil, 33, und selbstständig mit der bekanntesten Fitnessgastronomie Deutschlands. Ich bin Laura, 26 Jahre alt, und bin auch mit in dieser Fitnessgastronomie. In dieser Fitnessgastronomie? Wir sind seit 8 Jahren zusammen, und wir haben uns tatsächlich in einer Bar kennengelernt. In einer Bar? Sie war mit ihrer Mutter da, und ich hab sie gesehen, hab mich aber nicht getraut, sie direkt anzusprechen, deswegen hab ich erst mal ihre Mutter angesprochen. Ja, warum nicht, ne? Wenn die mit Mama doch da ist, dann einfach mal sagen, ey, hast du eine schöne Tochter. Und, ähm, ja, dann lief das irgendwie schon. Ja, also Streit gehört natürlich auch mit zu einer Beziehung. Ey, ey, was habt ihr euch eigentlich da mal gedacht? Und dann dachte ich, dass der da so diese, 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 diese Krönschen-Szänen einbaut. Diese, die sitzen da so gegenüber, weißt du? So. Weißt du, so. Und der andere dahinter so. Und soll da halt. Natürlich haben wir auch unsere Themen. Bei mir ist es dann halt, glaub ich, wenn ich etwas aufbrausend bin. Ähm, ja. Und bei ihm halt manchmal so ein bisschen die belehrende Art. Ich will ihre Ahnung. Ah, so besser bist du. Beziehung darf auch. Am Ende, wenn es um die harten Entscheidungen geht, dann muss der Mann das Ruder in die Hand nehmen können. Bin ich der Meinung einfach. Ähm, das ist, äh, toxisch-maskulin übrigens. Da hab ich keine Angst, Laura zu verlieren. Ich glaube, ich geb ihr alles, was sie brauch und, äh, auch darüber hinaus und von daher, Der will auch flirten. 100 Prozent. Boah, der Stuhl, ne? Der knackt auch wieder ordentlich. 100 Prozent. Schlingel. Ich glaub, ich möchte sie auch gar nichts anderes. Ich glaub, es wird eine geile Zeit werden, wir werden viel Spaß haben zusammen. Ähm, wird ordentlich was abgehen und da hab ich... Trennung. Ich hab schon Bock drauf. Mhm. Schauen wir mal, ne? Trennung. Die sind wieder so zwei, sagst du wieder so Pärchen, ach komm, gehen wir mal zur Temptation Island. Wird schon abgeheben, wir machen gut Stimmung und so. Wie lange seid ihr schon zusammen? Drei Jahre jetzt. Also ein bisschen über drei Jahre. Wir auch jetzt. Also bald. Wir sind acht Jahre zusammen. Boah! Acht Jahre, Alter! Tschüss! Stark. Ja, krass. Schon eine ganze Weile auf jeden Fall. Stark. Acht Jahre, stark. Kommt das nächste. Hi. 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 Die hatte am Anfang was von der Tomala, ne? Also beim Vorbeigehen. Hi, Leute. Bisschen hat die, so im Augenwinkel. So. Digger. Digger. Die hat was von Sophia. Oder. Oder hab, oder hab ich schon, Dings. Hab ich schon ne Macke, Alter, langsam. Hi. Doch. Die hat ein bisschen was von Sophia. Oder bin ich bescheuert? Oder bin ich bescheuert? Alter. Ja, natürlich jetzt so nicht, ne? Ich sag nur vom Weiten. So 10 Meter Gleichheit. Okay. Nächste Paar. Nasrin. 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 Und Josh. Ich find die Paare super. Freunde, ich hab das Gefühl, das wird ne geile Staffel. Das ist echt toll. Du machst das auch super toll, Schatz. Authentisch. Äh. Ich bin Nasrin. Ich bin 31. Das hat mir bei der letzten Normalo Staffel nicht gefallen. Da hat mir auf jeden Fall das, naja, unauthentisch des Grauens gefühlt, ne? Aber bei denen, ich glaub, die wollen rein. Die wollen natürlich auch ein bisschen bekannt werden. Natürlich. Will ja jeder, der reingeht mittlerweile. Wir kennen Taptation Island. Jeder, der sich mittlerweile auf Taptation Island, weiß, man wird bekannter, ne? Ähm. Man weiß auch, man muss ein bisschen was liefern, damit man quasi Sendezeit bekommt. Aber das kann immer aus dem Ruder laufen. Und ich glaube, die wissen auch, dass es mittlerweile aus dem Ruder laufen kann. Trotzdem, da sind noch Lücken. Die wahre Beziehung zu killen, sind noch Lücken. Ich bin Jahre alt und beruflich berate ich Brands im Bereich PR. Ich bin Josh, bin 31 Jahre alt und bin Gastronom. Wir sind knapp zwei Jahre zusammen. Auch zwei Jahre, Alter. Krass, Junge. Krass, ey. Da setzen Paare ihre zwei, drei, acht Jahre Beziehung auf Spiel. Geil. Guten Tag, Schatz. Der Josh ist mein erster, ernster Freund. Er ist der erste Mann, der meine Eltern kennenlernen durfte. Und auch, ja, für mich die erste richtige Beziehung. Und ich glaube, ich habe alles richtig gemacht. Die sind auch gefestigt. Ich kann mir nicht vorstellen. Josh und ich haben zusammen in München gelebt. Und er hat dann kurzerhand entschieden, dass er für ein, zwei Monate gerne nach Innsbruck möchte zu seinen Freunden. Okay. Und ja, als er dann ein, zwei Monate da war, ist er halt nicht mehr zurückgekommen. Und jetzt wieder. Ich musste mich halt entscheiden und habe mich dann für das entschieden, was mir gut tut. Scheiße. Das hat mich natürlich unfassbar verunsichert. Und es hat mich auch emotional echt mal kurz hops genommen. Das ist natürlich auch für mich ein Grund. Ey, diese Zwischenschnitte, Alter. Einmalig. Warum ich hierher wollte. Ich weiß im realen Leben nicht, was er in Innsbruck macht. Oder er weiß nicht, was ich mache. Genauso wie bei Temptation Island. Okay. Und wir sind einfach der Meinung, wenn wir Temptation Island überstehen, dann überstehen wir auch locker eine Fernbeziehung. Okay, die haben eine Fernbeziehung. Wir waren einmal ein kleiner Teil bei der Show Maked of Fake Love. Okay. Ich war als vergebener Mann drin und musste die Dame überzeugen, dass ich Single bin. Habe ich als Teil dieses Spiels der Jelis ein Bussi gegeben. Ich wusste, er macht das, damit wir vielleicht gewinnen. Deswegen war das für mich. Okay. Bei Temptation Island. Okay. Okay. Geht's wirklich um unsere Beziehung. Es geht nicht um ein Spiel. Das heißt, okay. Das heißt, da ist schon wieder so ein bisschen mehr. Ich sag mal, ich will jetzt keinem was vorwerfen. Aber ich sag mal, da ist ein bisschen mehr Spielraum, der abgesprochen sein könnte. Versteht ihr, wie ich meine? Das heißt, Lapdance könnte okay sein. Wenn der Kuss mit Jelis schon okay war für die Sendung, um zu gewinnen, dann können hier auch Sachen okay sein. Mittlerweile sind wir da ganz genau unter die Lupe, Freunde. Wir hören auf alles, was die sagen, damit wir quasi wissen, wie später gemeint ist oder was dabei entstehen könnte. Weil ich finde, du kannst gar nicht jedes Paar gleich bewerten. Verstehst du, wie ich meine? Wenn der jetzt eine Scheiße baut, kann auch, wie gesagt, kann auch abgesprochen sein, das Scheiße bauen. Dass die einfach nur wieder Dings zu Ende Zeit wollen und ist gar nicht so schlimm. Muss aber nicht. Und das sind natürlich dann ganz andere Regeln oder Absprachen, wie bei der anderen Show. Okay, sagen Sie jetzt. Ich werde auf jeden Fall ihm versuchen, keinen Grund zu geben. Aber ich bin ein offener Mensch und natürlich will ich da auch Party machen und den Verführern tanzen. Wenn Nasrin eng mit einem Typen tanzt, habe ich da ein bisschen Schiss, dass halt einer daherkommt, der die Moves drauf hat. Und das würde sie auf jeden Fall beeindrucken. Herzlich willkommen bei Temptation Island, dem Herr des... Was geht, Lola? ...beziehungstest im deutschen Reality-TV. Wir sind hier im traumhaften Kroatien und genau hier stellt ihr euch der... Kroatien, da war meine VIP-Staffel damals auch. Aber ist das nicht die Villa von der letzten VIP-Staffel? ...größten Versuchung eurer Beziehung. Das ist die doch, oder? Komm, Verführerin Lola, komm rein. Ich war ein Schluck. Kleines Verkraftungsstückchen hier gegönnt. Also, wir sind optimistisch und freuen uns halt, ne? Ich ja jetzt wieder gleich Verführerin sehe. Aus meiner Liste, wo ich folge. Tamo, du warst ja bislang nicht der Allertreuste in deiner früheren Beziehung. Da bist du mehrere Male fremdgegangen. Was? Ich habe früher den einen oder anderen Ausreißer mal gehabt. Ja, das ist schon viele Jahre her. Aber ich denke mal jetzt mit dem... Ach so, früher in anderen Beziehungen. Alter und wenn man dann wirklich... Mit der richtigen Partnerin. Mit der richtigen Verzeihung, mein Herzblatt. Mit der richtigen Partnerin, ja. Überdenkt man natürlich nochmal die eine oder andere Sache und weiß dann auch, was man will. Vivian und Mo, in eurer Beziehung ist Feiern gehen ein recht großes Streitthema. Was ist denn das Problem? Er hat eine andere Frau geküsst. Und wie hast du das mitbekommen? Also es wurde mir halt erzählt. Er kann halt nicht sagen, ob stimmt oder nicht, weil er halt so betrunken war. Er kann halt nicht sagen, ob das stimmt, weil er so betrunken war. Auch geil. Er kann halt meinem Partner mehr glauben als halt irgendwelche... Als irgendwelchen anderen Leuten, aber... Klar. Ja, ähm, ja. Alter, weiß es einfach nicht. Es ist halt trotzdem noch ein Thema manchmal. Ach so, wie scheiße ist das? Du hast eine Partnerin so, gehst feiern, kommst zurück und wirst gar nichts mehr. Du weißt einfach nichts mehr. Das ist doch totale Scheiße. Und schau mal vor, dann hast du geküsst und dann macht sich Schluss so. Dann weißt du eigentlich gar nichts mehr. So in deinem Kopf ist halt so, ey ich hab doch gar nichts gemacht, weil du es nicht mehr weißt. Mo... Kannst du dich nicht erinnern? Äh, an dem Tag leider nicht. Geil. Meinst du, du kannst dich nicht erinnern oder du willst dich eher nicht erinnern? Schwer zu sagen, weil für mich ist das wirklich so wie ein Film, der wo paar Minuten in dem Film fehlt. Kenn ich, Bro. Alter, kenn ich. Und das ist halt bei mir wirklich so der Fall, dass ich mich an gar nichts erinnern kann. Laura und Phil. Moin. Hi. Ihr beide seid hier von allen am längsten zusammen und zwar sage und schreibe acht Jahre. Ihr habt sogar ein gemeinsames Business. Ja. Das heißt natürlich, dass für euch hier ziemlich viel auf dem Spiel steht. Oh. Ja, auf jeden Fall für uns steht eine ganze Menge auf dem Spiel. Aber hallo. Die ganzen Jahre, die man halt miteinander verbracht hat und natürlich auch die Zukunft, die man plant. Aber wir sind super positiv und werden hier auf jeden Fall gestärkter rausgehen. Wir sind uns sicher, dass alles gut geht. Ja. Nasrin und Josh. Hi. Nasrin, mit welchem Gefühl gehst du in dieses Experiment Temptation Island? Ich denke, dass es uns sehr, sehr viel persönlich auch bringen wird. Und dass das der Beziehung eigentlich nur gut tun kann, ist natürlich auch optimistisch. Aber ich hoffe, dass das so ist. Träum weiter, Bro. Ich wünsche es euch. Danke. Es ist soweit. Liebe Frauen. Hier kommt eure Versuchung. Erst die Männer. Das sind eure Single-Männer. So, checken wir mal die Jungs ab hier. Kommt mal rein. Männer, ich will Attacke sehen. Voll Attacke. Nicht zurückhalten. Rein in die Olga. Uiuiui. Da schwitzt sogar ich. Ich hab' keine Angst. 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 Ach, guck da mal vorne. Erst die Reihe. Tag schön, Kollege. Na, voll Dank schon die Augen raus. Eure Verführer. Die stehen hier natürlich nicht ohne Grund. Liebe Frauen. Das hier ist eure Villa. Okay, Frau Villa ist schon mal... Ich freu mich voll. Glückwunsch. Glückwunsch. Mega. Liebe Männer, für euch gehts jetzt ab in eure Villa zu euren heißen Verführerinnen. Was mach ich denn ohne dich? Ach. Du weißt, was ich möchte? Das ist ja eine ganz schöne Zeit. Ja. Ey, bitte. Bitte. Lass die beiden nicht trennen. Ich finde die zusammen irgendwie krass. Ich liebe dich, ich liebe uns. Und jeden Morgen, wenn du aufwachst, dann denk an unsere Liebe. Hab einfach eine geile Zeit. Du haust jetzt um heute keine Sorgen. Wow. Das sieht alles echt verdammt echt aus. Die zwei. Oh, was sagst du? Wir schaffen das. Irgendwie. Nee, nee. Nicht irgendwie. Nee, gar nicht. Es gibt keine andere Nick. Nee, Alter. Also mir fällt das schon durch schwer. Oh Mann, ich wusste es. Geil. Geil, geil, geil. Das ist alles richtig real und original und geil. Geil. Ich fühl das. Ich kauf denen das auf jeden Fall ab. Finde ich schon mal geil. Feier ich. Los geht. Hammer. Das wird auf jeden Fall eine geile Zeit hier. Ja, hier lässt es sich aushalten. Gut doch, die Mädels, die vergeben dann alle sympathisch. Auf jeden Fall freue ich mich auf die Verführerin. Ja, ich bin ja auch gespannt, mit wem wir hier so die nächsten 14 Tage unsere Zeit verbringen. ready or now. So, was haben wir denn da? Kenn ich alle nicht. Geil. Meine Fresse, Alter. Junge. Ey, Alter. Was haben die denn für Verführerin ausgepackt dieses Jahr, ey? What the fuck? Also, wirklich. Granaten. Echt. Komplett Granaten, Alter. Oh mein Gott. Ich kenne ihn. Wem? Jawohl. Hallo. Hi. Mo. Ich dachte mir so, wow, wie klein ist die Welt? Das war schon jetzt, also Schock. Sag mir nicht, das ist die, mit der er rumgemacht hat. Wo ich sie gesehen habe, okay, du bist hier. Hi. Mo. Also, ich war schockiert, dass ich den Mo gesehen habe, weil den kenne ich schon sehr, sehr gut. Es wird spannend. Das heißt sehr gut. Wollt ihr was trinken? Ja. Ja. Bitte. Ja, erst mal saufen. Hopp. Also, lass ich einen sehr sympathischen Eindruck machen, die alle. Auf ne geile Zeit, oder? Viel Spaß, schöne zwei Wochen. Auf Temptation Island, ne? Und, äh, las. Cheers. Ich komme immer mal auch ein Bier auf. Die Mädels sind hot. Ja, sehen alle wunderschön aus. Das wären ganz coole zwei Wochen. Das wird meine Freundin so abfacken. Ja. Wir hatten Affäre. Echt jetzt? Ja, ja. Affäre. Wir wollten damals halt, äh, ne? So Richtung Beziehung. Aber, das hat kackt. Ach du Scheiße. Das waren ja ein, zwei Wochen. Und dann haben wir halt, äh, relativ schnell gemerkt, dass da von uns, also von beiden Seiten, dass da halt nicht mehr gehen wird. Deswegen haben wir auch komplett belastet. Dann, ne? Lass auf. Wie gesagt, da bin ich ja komplett cool. Aber, da weiß ich halt zu 100%. Sie wird das richtig offen. Aber, richtig. Aber, blick auf Scheiße. Hab dich mal betrogen? Nee. Mit zwanzig zuletzt. Mit 13. Mit zwanzigst? Ey. Und eure Partner? Nee, mein Partner noch nicht. Und bei euch? Ihr wart so ruhig? Nein. Also, mein Freund war ja vor einem Jahr ungefähr halt immer öfter so feiern und so und viel unterwegs. Und dann hat man halt mal öfter gehört, dass er halt so flirty unterwegs war und dass vielleicht auch ein Kuss passiert ist und ja. Und du hast drüber eben weggeschaut oder wie? Ja, dass jetzt ein Kuss gefallen ist. Daran kann er sich halt nicht mehr erinnern, weil er halt so betrunken war. Und er kann mir jetzt halt auch nicht sagen, okay, es stimmt. Er kann aber auch nicht sagen, es stimmt nicht. Natürlich. Ja, klar. Er kann sich nicht mehr erinnern, ne? Und die glauben das dann, ne? Dass man eben sagt so groß. Letztendlich geht's. Es war halt schwierig, weil es wird halt auch immer viel geredet generell. Und in der Situation war ich so, okay, glaube ich jetzt halt irgendwie anderen Leuten oder halt meinem eigenen Partner. Und wer hat was gesagt, dass da was vorgefallen ist? Die Freunde oder? Also es wurde mir halt geschrieben quasi. Von einer Frau oder? Ein Fake-Account. Also... Vom Fake-Account. Und wer hat die einen Account extra erstellt, um dir die Nachricht zu schreiben? Ja. Mo und ich haben... Ja, gut. Ich bin da oft und... Zählt nicht. Ich habe lange drüber gesprochen und... Das sind Hater. Ja. Ich vertraue ihm und wir haben das für uns geklärt. Wie lange hast du her? Ein Jahr jetzt. Ultimativer Test jetzt, ne? Spielst du noch Fußball? Ja. Ja, die kennen sich das schon so, wa? Bist du der Torwart? Er kann gut Bälle einfangen, auf jeden Fall. Ich mag ihn und vielleicht versuche ich es nochmal, aber es gibt noch einiges zu besprechen. Ist die Situation jetzt unangenehm, oder? Also ist schon jetzt... Ist nicht komisch, würde ich nicht sagen, aber... Ist halt neu, ne? Also... Jetzt hier... Kann ja auch gut werden, ne? Wir haben uns jetzt... Wie lange nicht gesehen? Ehrlich oder Lügen? Ehrlich? Ehrlich, Dezember oder so? Im Kodex, ne? Nein. Ob ich das jetzt aussprechen soll, oder nicht? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, Digga! Mein Problem ist es ja dann nicht, aber... Dezember! Aber geil! Vor zwei, drei Jahren sind wir fast zusammengekommen, aber es hat irgendwie nicht so funktioniert, wie wir es wollten. Und er hatte jetzt die Freundin und in dieser Beziehung haben wir uns trotzdem noch gesehen. Und da ist halt auch was passiert. Was? Was sie, glaube ich, nicht weiß. Und deswegen ist das schon... Krass, Digga! What the fuck! Die weiß das nicht! Also quasi kommt das jetzt raus bei TempFashionIsland. Mo, du bist eine Sau! Du weißt es ganz genau! Ganz genau! Ganz genau! Ganz genau! Ja! Im Kodex ja, aber danach auch noch. Persönlich! Zu zweit! Alter! Wir! Ja! Okay! Aber cool, dass wir sie wiedersehen! Die haben... 100 Proben! Ich habe schon gesagt, Mo, das wird nichts. Ja, Alter, ob das deine Freundin so lustig finden wird, werden wir noch sehen. Aber für die erste Folge ist das schon mal eine krasse Info hier. Seine Blicke sprechen wirklich für sich, die sprechen Bände. Also er zeigt schon mit seinen Blicken, dass wir sehr... Sehr flirty, sehr sexuell sind. Also sehr... Also es sind schöne Frauen hier. Die Versuchungen lauern an jeder Ecke. Bin gespannt, Digga, ob du schaffst. Aber wenn ich das so sehr, Junge, ey, es ist ja... Also manchmal dachte ich auch so die letzten Staffeln so irgendwie... Ich stelle mir oft immer vor so, dass ich nochmal dahin gehe. Irgendwann. Und ich stelle mir dann vor, dass ich das halt schaffen will. Auf jeden Fall. Aber gerade merke ich, wie schwer das ist, Alter. Auf der Staffel. Jungs, vorbei. Das ist endst... Du musst jetzt reinspringen. Es ist so schlimm, wenn du da in dieser Villa bist. Oh, ihr kneift doch jetzt an. Hey, boy. Nicht, oder? Entweder... Dig. Hallo oder gar nichts. Ja, komm, wir gehen rein. Das ist die Hölle. Bisschen dranbleiben oder klappt's? Ja, genau. Ja, genau. Liebe Verführerin. Ich hab am... 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 Ich weiß gar nicht, wann das kommt. Kommt bitte auf meine Temptation Partyland Club-Tour. Vielleicht auch in eurer Stadt. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Meldet euch gerne bei mir und dann hole ich euch mal auf die Bühne und so. Halt meinen Kreis. Nein, I'll leave my life. Unser Lifestyle Hollywood life. Wir sind nicht starr und reich, aber... Mo, da ist es auch schon gleich, ja. Okay, komm, das ist jetzt auch so, ich meine, eher gut, erster Abend, Jungs, ne, sieht's jetzt scheiße aus, aber ist jetzt erstmal so ein Wettschwimmen, ja, komm, das geht schon wieder in die falsche Richtung. Aieieiei, was geht ab, aber ich glaube, wir kriegen eine gute Staffel, Freunde, ich finde die gut, die Jungs, ich finde die irgendwie cool. Okay, wir machen so ein Spiel, Alwin macht einen Move vor und wir machen ihn so nah. Ja, Mann, das ist cool. Du hängst einem dran, ja? Okay. Alter, bobe. Oha. Warte mal, warte mal, wieso sitzt der eine da alleine im Wharepool? Rudi, was ist da los? Also so ein Kopp, warum sitzt der da alleine im Wharepool? Gott sei Dank haben wir Alwin, weil das ist so, glaube ich, der Partymaker. Ja. Und äh... Guck mal, der hat ein bisschen was von Mark Robin. Ja, macht auf jeden Fall Spaß. Der Pool? Ja, ich versuch auch, mein Bestes zu geben. Das hast du echt voll gelassen. Nee, aber das... Ja, ich weiß auch nicht warum, weil eigentlich bin ich ein Overthinker. Ja? Oh, ich bin ich auch richtig doll. Aber das... Ein Overthinker. Ich werde mich dann morgen kurz ficken. Ja. Aber heute will ich... Aber wenn man so abgelehnt ist, ja, ist auch... Also ich saß oben gerade auf dem Bett und dachte mir wirklich, das ist krass. Füße dran. Ja, ich muss sagen, ich bin emotional in was aufgewühlt. Und dennoch habe ich eine gute Zeit. Halt, naul! Was soll die Frage an? Das hat escalated quickly. Also... Der Josh... Der ist auch cool irgendwie. Das ist wirklich... Ich glaube, dass er auf jeden Fall knackbar für mich ist. Ja! Was ist mit dem? Ich frage doch mal... Ich drücke den Gesicht weg. Mies. Ich habe gar nichts gemacht. Diese neue Kamera eigentlich schon gefällt mir auch. Wie alles so ausgeblurrt, ne? Und dann so der Fokus so da rein. Das ist immer das Problem, wenn die Jungs wollen, dass die Verführerinnen noch mehr angreifen. Das ist so peinlich für die Freundin, weil eigentlich sagst du ja so... Ey, geh mal weg! Abstand! Und die sage mal... Komm her! Pool Party! Pool Party! Pool Party! Boah, ja! Die Leopardenhose. Habe ich auch. Oh, krass. Oh, okay. Okay, okay. Nils, oh, locker. Die Stimmung ist... Gerade crazy. Okay. Weiß nicht, uns war das noch so ein bisschen zu viel, mit den ganzen Jungs da so im Whirlpool zu sein. Ja, gut, warte mal. Guck mal, ich weiß jetzt gerade nicht von... Ich kann die Namen noch nicht. Die Linke Vergebene. Wer ist nochmal der Freund? Ist das auch der Verrückte auf der anderen Seite, der da die ganze Zeit so Händchen hält und so? Oh Gott, ey. Ja. Und du sagst, wir gehen da mal alleine rein. Genau. Die Mädels. Ja, okay. Ich habe auch ein bisschen Angst davor, dass man das Ganze einfach so unterschätzt. Das ist gut, diese Angst. Und finde ich auch richtig. Freunde, das war es mal wieder von Let's Talk About Temptation Baby. Geile erste Folge. Ich glaube, wir werden eine geile Staffel zu sehen bekommen. Und ich würde sagen, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, schreibt in die Kommentare, was ihr wie immer denkt. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder zur Folge 2 von Temptation Island. Ich habe euch lieb. Danke euch und sehe euch nächste Woche. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Muah.